Willkommen zu einer weiteren Folge Tech Town. So, vorige Folge hatten wir ja das hier gemacht. So, da können wir das nämlich auch schön smarten. Pferd, hau ab. So, das brauchen wir jetzt noch eine Weile, weil dann können wir uns nämlich die schöne Toolbar backen. So, aber jetzt gehen wir erstmal fix pennen. Wie ich gerade sehe, wird es gerade Nacht. Wow. So, gut, äh. Ja, wunderbar. Hi. Nee, Scherz. So, und da haben wir Bäume. So. Ja, die Bäume sind schon gebacken. Wow. Nein. So, gut. So, äh. Ja, komm, komm, komm. Wir brauchen Eisenblöcke. Vier Stück, glaube ich. Gucken wir mal. Tinkers. Äh. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist das Teil? Dum dum dum. Dum dum dum. Bin ich jetzt blind? Ich glaube, ja. Mal zurück. Ja, was ist das? Toolforge. Ja, vier Eisenblöcke. Also können wir gleich mal noch neun Eisen reintun. So, gut, haben wir noch die Sawbricks. Äh, leck. Nein, Kappe. Dirt. Redstone. Kappe. Oder hat man die schon durch, noch beim Durchbrennen gehabt? Mal gucken. Äh, Mike ist on. Ah, die brennen noch gut durch. Gut, da brauchen wir nämlich noch Dreier. Äh. Äh. Und so. So. Zu. Oh, und. Durch. So, da macht man Eisenblock einer. So, äh. Timer vergessen anzumachen. Haha. Da wird zahlt man eine 22 Minuten Folge. Ist doch erst mal 20. So, Eisenblock. So, gut, und wo machen wir das dann hin? Hm. Hm. Da müssen wir erst mal ne frische Luft alles bauen. Dann machen wir mal so hier hin. Gut, dann machen wir erst mal. Ja, äh, zack, zack. Machen wir das weg. Die zwei. Und dann tun wir das erst mal hier hin. Haben wir es nämlich nicht so weit weg. So, ich bringe hier nicht nochmal rein, um Blut zu bekommen. Haha. Also, wie meins. Hab ich mal einen Singleplayer gemacht, auf einmal hatte ich Blut drinnen. Äh. Und ich weiß nicht, was man da machen kann. Ha. Naja. Beim nächsten Mal muss ich mal gucken. So, ja. Dritten. Und dann kommt nochmal vier. Ja, so, was braucht man noch für den Toolstation. Da brauchen wir eine Just und ein Blankpanel. Ah, da muss man mal gucken. Haben wir alles schon dabei? Oder dabei? So, haben wir hier was? So. Hm, hm, mimi, mimi. Gut. Wollen wir da mal rausgeswitcht aus dem Fillboard-Vollbild. So, machen wir es mal. Dopp, dopp. Ja, passt doch gerade. So, ein Blankpanel. Dann müssen wir so ein bisschen da noch ein paar machen. Jetzt brauchen wir noch eine. Aha. Toolstation. Ja, jetzt haben wir noch das Buch bekommen. Das muss dann nämlich das Teil. Okay, machen wir es gleich mal so. Super. Über das Pferd. So, gut. Äh, jetzt können wir loscraften gehen. Und dann müssen wir eh noch ein bisschen Hals farmen. Wenn ich mir jetzt nicht wüsste, dass ich noch was hätte. So, äh, dat, dat. Wupp. Und wunderbar. Dann brauchen wir ja noch das Pattern-Storage. Oder wie das Teil heißt. Hier hin. Und jetzt können wir nämlich hier gucken. Den brauchen wir uns. Aha. Und dann machen wir noch die hier. Dann die. Und dann müssen wir gucken, ob wir uns... Das hier ist eigentlich das Gute. Und müssen wir noch gucken hier. Damage-Module-Rate. Was wir hier... Eigentlich brauchen wir was Highes. Oh, das wäre das, glaube ich. Hm, Damage? Nee. Das wäre eigentlich gut. Ob dafür gibt es... Keins in der Pattern-Storage. Naja. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Was brauchten wir noch? So, wir brauchten... Part-Builder. Da brauchen wir auch mal unter erstmal Holz. Also... Geben wir erstmal Holz holen. Nehmen wir das Rubber-Root hier erstmal mit. Leck, leck, leck. Auslegen, bitte. Wuba. Wuba, wuba. Okay. Und da war die Axt kaputt. Na gut. Also jetzt ist das. Wir brauchen eine Axt. Eine Lampe-Axt. So. So, wir brauchten jetzt erst einmal unter Holz. Dann brauchen wir noch ein paar Sticks. Ja, machen wir mal. Hier ist so vieler. Da schicken wir das hin. Ja. So. Dann machst wir auch Plank-Pattern. Wunderbar. So, dann müssen wir auch Part-Builder. Dafür brauchen wir noch... Ne, geht. Satz mit X. War wohl nix. Ja. Dann nehmen wir uns erstmal fix das hier. Ups, unten abkarten. Geh weg. So. Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Option. Ja. Wortlaut durch mein anderes Play-Teil, was ich gemacht habe. Also, aus Pfannen. Jupp, da hat es bitte mal auf. Rumgestellt. Sorry für den... Bäh. Hustreiz, aber... Oder kratzen im Hals, keine Ahnung, woher das kommt. So, dann noch das. So, da haben wir erstmal ne... Pattern-Chest. So, was braucht man noch? War das der? Wir brauchen bloß einen. Nehmen wir einfach mal mit. So, gut. Wart es bitte da nacht? Nope. Gut, jetzt können wir das erstmal alles aufbauen hier. Top, top. So, äh... Jetzt müssen wir mal kurz reingucken. Dafür braucht das, glaube ich, die hier. Ja. Und wenn wir das hier daneben setzen, dann können wir das auswählen. So. Wir brauchen dafür... Für den Hammer brauchen wir das Teil. Also den bösen Kopf. So, dann den Hammerkopf und das dicke Rot. Mal gucken. So. Gucken, gucken, gucken. Da war er. Den. Das. So, den dicken Rot. Den hier. Und dann könnten wir eigentlich gleich noch das für den Axt gucken. Gucken. Nein, ich will doch nicht auf dich schreiten. Meine Güte. So, das. Da brauchen wir noch das. Den normalen oder den dicken? Äh. Den dicken. Gut. Hat sich geklärt. So, gut. Den dicken. So, vor. Zurück. Da komm, da komm, da komm. Ja, okay. Das haben wir jetzt... Ah, nee. Haben wir... Ja, haben wir rausgenommen. Gut. So, jetzt müssen wir erstmal noch Kappels tun. Kappel, kappel, kappel. Dann müssen wir erstmal noch Ausstands. Dafür haben wir uns ja den Table hier gemacht. Den Port Builder. Ja. So, dann tun wir... Das brauchen wir. Hier rein. Dann brauchen wir noch das. So, den haben wir. Jetzt brauchen wir noch einen Hammerköp. Ach ja, und einen Axtkopf brauchen wir ja auch noch gleich. Also, gesehen. Ich bin nicht in den Pattern-Chef. Ich will da rein. So. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Nein. So. Besser. Gut. So. Ja. Wie es mir gerade einfällt, brauchen wir noch Alu dafür. Alu und... Alu oder Gold. Aber jetzt suchen wir noch mal noch bei mir Pflanzen. Rubber, rubber, da haben wir sie. Dab. Dab. Jetzt müssen wir uns gleich noch mal runter. Alu suchen. Gut. Ich hätte mir auch Leben gehabt. Clay. Aber jetzt gucken wir erst mal in unsere Mine. dass wir noch Aluminium finden. Oder Gold. Oder hat man das schon? Gold. Gucken. Jetzt müssen wir gucken. Dass wir die Form machen können und die dann ausfüllen können. Falte Gister. Falte Gister. Falte Gister. Richtige Gister. Nein, Gold. Na ja, machen wir es halt. Damit aber dann müssen wir uns auch den Tisch machen. Den habe ich schon gemacht. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Äh. Hat ich den Tisch schon gemacht? Lange dann sehr. Äh. Sieh, glaube ich nicht. Also brauchen wir noch die anderen Bricks. Und müssen wir uns den Tisch machen. Ah, okay. Das langt. Das langt. Oder habe ich den hier drin? Äh, ne. Natürlich nicht. So, dann haben wir doch unseren Casting-Tisch. Äh, habe ich den hier drin reingetan? Ne, gut wunderbar. Sand. Äh, Erde raus. Growth raus. Jetzt machen wir ja alles raus. Raus, raus, raus. Die brauchen wir noch. Eisen brauchen wir noch. Und dann brauchen wir eh noch die Diamanten. Zumindest für unseren Hammerkopf. Mh. Ja, es wird schon unter dunkel. Dunkel ist gut munkeln. So. Zack. Gehen wir was essen. Mh, 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 mh. So, gut. Da gehen wir jetzt mal fix bennen wieder. Habe ich den Teilmutter angemacht? Natürlich nicht. Kurze Pause gehabt. Oha. Schluck trinken. Schluck trinken. So. Guck, okay, Creeper noch näher. Wunderbar. So. Gold ist durch. Dipp, 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 dipp. So, jetzt fangen wir erstmal mit dem wichtigsten an. Dem hier. Ist zwar nicht so ganz so wichtig, aber egal. Hoffentlich langt das. So. Wir machen erstmal nur das für einen Hammer. Das war nämlich, äh, gut, du machst dich hier mit rein. Ne, die brauchen wir. Das. So. Noch einen Hammerkopf. So, dann tun wir nämlich die erste Mal hier rein. Weil die brauchen wir jetzt noch nicht. So. Das haben wir erledigt. So, wie viel Geld haben wir jetzt hier noch drin? Gucken. Ähm, 12. Na gut, machen wir noch das hier. Vielleicht kriegen wir es auf 9 hoch. Dass wir noch einen Block machen können. Ein Goldblock. Gucken. Vielleicht brauchst du, ob das jeweils immer eins. Das glaube ich nicht. Also müssen wir es jetzt hier drin lassen. Also müssen wir es jetzt hier drinnen lassen. Äh, so. So. Und wie viel Eis hat man jetzt noch? Sieben. Mal gucken, ob das langt. So, tun wir jetzt noch das Eisen rein. Oh, da ist eine Kuh. Das ist noch ein paar Kühe. Da können wir gleich mal abmogsen. Gehen haben wir ein Schwert mit? Ja, haben wir. Wollen wir noch ein bisschen Steakfleisch? Steak, Steak. Wir wollen Steaks. Wir müssen noch keine Veganer hier. Wunderbar. Nein. Bööö, kalt, kalt, kalt. Arsch kalt. So, gut, gut, gut. Hopp, hopp, hopp. So, äh, hat man Gläder bekommen? Natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Ist das ein Höhleneingang? Nee, schade. Gut. So, gehen wir hier weiter. Ach, hier haben wir Kloake. Nicht reinfallen. Tödlich.